Nur die. Die anderen will ich nicht. Kommen Sie, Mann. Die habe ich den ganzen Weg hergeschleppt. Und Sie sind? Lee Israel. Da drüben haben wir ein paar Exemplare Ihres aktuellen Werks. Im Moment bezahlt niemand nur einen Cent für die Bücher der Schriftstellerin Lee Israel. Ich bin mit meiner Miete Monate im Rückstand. Meine Katze ist krank. Es ist vier Uhr nachmittags und du bist betrunken. Das bin ich gar nicht. Craig, gib mir noch einen. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie sich etwas anderes suchen, womit Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen können. Ich habe kürzlich diese reizenden, unterschriebenen Briefe gefunden. Fanny Brice, eine meiner Lieblinge. Ich gebe Ihnen dafür 75. Oh. Für einen besseren Inhalt könnte ich etwas mehr zahlen. Ja, dafür kann ich definitiv einen besseren Preis bekommen. Ich meine, das PS macht ihn unbezahlbar. Durch einen Zufall befinde ich mich gerade in einer ziemlich kriminellen Lage. Welchen Verbrechens könntest du dich wohl schon schuldig gemacht haben, abgesehen eines Modeverbrechens? Ich schmücke literarische Briefe bekannter Schriftsteller aus. Ich liebe, wie er schreibt. Toller Humor. Oh, das ist doch mal was. Nennen Sie Ihren Preis. Was machen wir? Glücksspielen? Einkaufen? Trinken? Miss Israel, ich habe ein paar Fragen bezüglich des letzten Briefes, den ich gekauft habe. Wo liegt denn das Problem? Du gibst dich für andere Leute aus. Niemand kauft Lieg Israel Briefe. Es sind einige Fälschungen aufgetaucht. Denken Sie, der ist echt? Sieht so aus. Gut. Du bestehlst mich. Komm schon. Verschwinde aus meinem Haus. Sie müssen wohl mit einiger Zeit hinter Gittern rechnen. Was? Ich kann nicht behaupten, dass ich irgendwelche meiner Taten bereue. In vielerlei Hinsicht war dies die beste Zeit meines Lebens. Can you ever forgive me? Demnächst nur im Kino. Ich kann nicht behaupten, dass ich meine Taten bereue.